von 0 auf 100 in weniger als einer Sekunde. Das sind die Shows von Jörn. Ich freue mich heute hier zu sein. Ich habe mein Handy von abgehört. Deswegen habe ich ein Lied mitgebracht. Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau telefoniert mehr mit mir. Jetzt habe ich einen Lied gepackt. Dieter Bohl. Den kannst du ja von der Steuer absetzen. Dieter Bohl. Also ich finde ja sowas von klasse. Und schon ist man dabei. Jörg Hammerspett habe ich gerade gesehen. Sensationell. Also ich habe heute Jörg zum zweiten Mal gehört. Und ich muss sagen, meine Parodien sind da zu nennen. Er ist ein großes Talent. Kann nicht nur toll singen, sondern Menschen erfassen und begreifen. Und wiedergeben und karikieren. Das hat einen riesen Spaß gemacht. Zum Beispiel Uli Hötis. Ja, da kann ich nur was Gutes sagen. Wenn der Uli rauskommt, dann spielt die Mannschaft der JVA und der ersten Bundesliga. Die Stimmen nachzumachen und auch noch singen zu können. Also das habe ich noch nie gehört. Julio Iglesias. Ich bin jetzt mal Oliver Kahn. Ich freue mich. Lieber Matthias. Ich habe letztens auch ein Goldie-Turnier gespielt. Und ich habe zwei Super-Turnier geschossen. Wie war der Elfer? 1-1. Das ganz, ganz große, absolute Highlight ist Herr Hammerspett. Wenn er auf der Bühne ist, begeistert er das Publikum. Die Leute haben Standing Ovation gegeben. Großartig, 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 großartig. Jörg Hammerspett ist der Knaller. Jürgen Löw, also wir haben sehr viele Chancen gehabt, wir haben Abschlaf gemacht und so weiter. Die Mode ist richtig schön, richtig schön. Wir können heute in Deutschland erst noch öfter so anschauen. Die Kommunikation. Und wir haben alle sehr viel verstanden. Und wir haben alles gut gemacht. Ich bin einfach nur ein Multitalent. Der Mann kann nicht nur super singen. Der kann sich super vorstellen. Der kann ihm ganz viele Wolle schlüpfen. Und die sind auch von allen total überzeugend. Einfach genial. Einfach genial. Mehr kann ich nicht sagen. Plus aus, mehr kann ich nicht sagen. Ich wollte in der Rima Barabie. Einfach genial. Einfach genial. Einfach genial. Einfach genial. Einfach genial. Einfach genial. Bis zum nächsten Mal.